Hallo und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen netzfail hier auf diesem kanal wie ich spiele eine runde nippie red ja um was geht es in diesem spiel überhaupt ja in diesem spiel geht es darum linien aufzubauen und zwar nicht irgendwo sondern auf der realen weltkarte man kann hier wirklich bahnlinien buslinien straßbahnlinien auf der realen weltkarte bauen und das wollen wir jetzt auch mal machen wir hatten hier ein neues spiel wie heißt es ich habe das vergessen neues spiel die bitte noch mal hier an kann man ja ein die botze doch im nachhinein weil er hier mit motz spiel und ich habe mir überlegt dass sie in hamburg starten und dass sie hier in hamburg mit es bei den starten als schädig das und die schatten hier am hamburg ich dachte bitte dann ich brauche hier ist alles bitte mit medium speed wir müssen hier ja auch auf unser geld achten wie ihr seht wir haben zwar viel aber es ist es ist es ist es ist es ist es ist es nicht es geht zum beispiel nicht müsste man hier auf 1 hoch dann gibt es ordentlich dann hat die nämlich auch spielregeln mit dem ich kann nicht alles machen was er will aber hier auch nach ahrensburg würde ich sagen mit unserer s-bahn daher nicht es kann man aber korrigieren weil es wenn man hier wirklich ist es 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 nichtầu muss hier wirklich das Wasser, okay da müssen wir da rumfahren könnten da jetzt noch eine Brücke bauen aber Brücken sind sinnhaft teuer und mit nur einer Linie kommen wir ja nicht weit hier kommen wir nicht drum rum so hier hier ist da runter das geht gar nicht das müssen wir noch ein bisschen so mal gucken noch mal ein bisschen hier aus jetzt geht's gut hier sieht man schon bei bestimmten Winkel über Sachen rüber fahren sonst spannen hier kollisionen das gibt es nicht hier hier ist ein bisschen Steiner und müssen sowieso so dann noch eins hoch damit das funktioniert jetzt geht's super dann muss ich alles bauen ich muss alles noch wie gesagt man muss dafür auch erst bezahlen wenn wir hier auf abschließen gleich drücken dann müssen wir dafür bezahlen vorher müssen wir dafür nix zahlen so gesinniert klar erst mal das das da wo wo das ab dem hier auf 1 das sind die für die Autobahn und hier unser erster Linie das nennen wir dann 1 ja was soll pro Kilometer haben und sagen wir mal 50 Cent und Grundticketpreis liegt bei 2,80 Euro und die soll lassen die erster Linie schon mal gucken 2 Kostmann Prozent das kostet 6 Millionen günstig 20 Millionen Euro Fünf Millionen Unternehmer hier total umfassend für die S-Bahn 20 Millionen klar 5 Millionen 5 wir brauchen 3 das Spiel ein bisschen schneller laufen damit wir aber noch ein bisschen mehr Geld verdienen würde ich seinem Bauer direkt noch eine zweite erst verdiene die hier abzweigt hier noch ein bisschen hier und hier 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 ein Foto mit es auch hier überstattet aber hier 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 aufpassen da sind nicht